Stell dir vor, du sitzt gerade beim Friseur, schaust dem entspannt beim Arbeiten zu, da kippt plötzlich neben dir Ulla vom Stuhl und regt sich nicht mehr. Aber sie scheint noch zu atmen. Das heißt, du befindest dich bereits mitten in Notfallsituation Nummer zwei, bewusstlos mit Atmung. Und völlig egal, ob es jetzt die Frisur ist oder einen anderen Grund für die Bewusstlosigkeit von Ulla gibt, der Ablauf ist ganz einfach und immer der gleiche. Und was du dann machst und wie du vorgehst, das zeige ich dir jetzt in diesem Clip. Auch in dieser Situation Mut zusammennehmen und die eigene Sicherheit beachten, nicht, dass du am Ende noch über ein Föhnkabel stolperst. Und dann gehst du zu der Person hin und sprichst sie an. Hey, hallo, was ist los? Und wenn sie nicht reagiert, setzt du einen Schmerzreiz. Und jetzt haben ja viele für zu Hause so ihren Lieblingsschmerzreiz. Jetzt in dieser Situation bitte einfach ansprechen und dann deutlich an den Schultern rütteln. Aber keine Reaktion. Die Person ist bewusstlos. Und ja, es gibt viele Gründe, warum Leute bewusstlos werden. Nur weil jemand blass und kalt schweißig ist, kann auch ich als Arzt nicht erkennen, ob der Blutzucker gerade niedrig ist. Aber das musst du auch nicht erkennen und das ist das Tolle an dem Ablauf. Du sprichst die Person an, sie reagiert nicht. Das heißt, sie ist bewusstlos. Warum auch immer. Dann machen wir als nächstes jetzt eine Atemkontrolle. Wichtig ist für die Atemkontrolle, dass die Person am besten auf dem Rücken liegt. Sollte sie so ein bisschen auf der Seite sein, dreh sie einfach kurz zurück. Und dann nimmst du eine Hand und das Kinn, eine auf die Stirn, überstreckst den Kopf nach hinten, ziehst das Kinn auch so ein bisschen nach vorne. Gehst jetzt mit deinem Ohr über Mund und Nase. Blick, Brustkorb, Bauch für fünf bis zehn Sekunden und stellst fest, yes, sie atmet. Das heißt, ich fühle sie, atmet mich an, ich höre das und ich sehe, der Brustkorb hebt und senkt sich. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wird empfohlen, so einen kleinen Sicherheitsabstand bei der Atemkontrolle einzuhalten. Das heißt, du gehst mit einer Hand unter das Kinn, einer auf die Stirn, überstreckst natürlich auch den Kopf und blickst auf Brustkorb und Bauch. Und siehst auch hier, wunderbar, Ulla atmet. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, professionelle Hilfe mit dazu zu holen und die 112 anzurufen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ist ja mega. Rettungsdienst ist unterwegs, bewusstlos ist die Person auch, muss ich nicht so viel mit ihr reden. Aber das Problem ist, bei bewusstlosen Personen fallen die Schutzreflexe aus. Das heißt, was passiert ist, und zwar als allererstes, Gefahr Nummer eins, Zunge rutscht zurück, verlegt hinten den Rachenbereich. Das heißt, ein Hauptteil der Atemwegsverlegung sind gar nicht Teile der Playstation oder Stücke vom Wagenheber, sondern ganz banal die Zunge, die nach hinten rutscht und den Rachenbereich verlegt. Gefahr Nummer zwei bei einer bewusstlosen Person in Rückenlage, Mageninhalt läuft nach vorne und ohne, dass ich irgendwas bei Mund und Nase sehe, läuft es in die Luftröhre rein und fängt an, die Lunge anzudauern. Was machst du jetzt mit dieser Person? Die drei wichtigsten Punkte. Mundwinkeltiefster Punkt. Je höher das Gefälle zwischen Speiseröhre und Mundwinkel, desto eher kann Mageninhalt nach draußen laufen. Punkt zwei. Kopf überstrecken. Damit das leicht an der Zunge vorbeikommt und damit es zum Mund am besser raus kann, Mund auf. Und das sind die drei wichtigen Kriterien der Seitenlage. Natürlich zeige ich dir jetzt, wie das bei unserem lieben Ulla nochmal in real life funktioniert. Das heißt, den Arm legst du hier, 90 Grad Winkel hin, stellst das Bein auf, legst den Arm hier rüber, hast zwei Ansatzpunkte, Schulter und Knie, drehst zu dir her, legst die Hand hier vor. Und das Entscheidende ist, Kopf überstreckt, Mundwinkeltiefster Punkt, Mund offen. Und wenn du jetzt sagst, wie ist denn das, wenn ich in fünf Monaten in die Verlegenheit komme, ja, linkes Bein, rechtes Bein, zwei Arme hat die auch noch, die hat wirklich übertrieben viele Extremitäten. Das Entscheidende ist, und das ist das, was du dir merken sollst, Kopf überstreckt, Mundwinkeltiefster Punkt, Mund offen. Und bis der Rettungsdienst da ist, musst du sie immer wieder ansprechen und immer wieder die Atmung kontrollieren. Super einfach, oder? Und der Ablauf bleibt immer der gleiche. Hier nochmal die wichtigsten Punkte zu Notfallsituation Nummer zwei, bewusstlos mit Atmung. Du nimmst deinen Mut zusammen und du achtest auf deine Sicherheit und dann sprichst du die Person an und sagst, hey, hallo, hallo, was ist los? Keine Reaktion, sie ist bewusstlos, warum auch immer. Super. Dann machst du die Atemkontrolle, eine Hand unter das Kinn, eine auf die Stirn, Kopf nach hinten überstrecken, Blick, Brust, Kopf, Bauch. Fünf bis zehn Sekunden nimmst du dir Zeit und sagst, super, sie atmet. Dann rufst du die 112 an, holst dir professionelle Hilfe mit dazu und zum Schutz von den Atemwegen drehst du die Person jetzt in die Seitenlage. Den Arm hier rüber, Schulter und Knie drehst zu ihr her, Kopf überstreckt, Mundwinkel tiefster Punkt, Mund offen und bis der Rettungsdienst da ist, immer wieder ansprechen und immer wieder die Atmung kontrollieren. Und wenn du dich jetzt fragst, was machst du denn, wenn du eine Person ansprichst, die Atmung kontrollierst und keine Atmung feststellst, dann empfehle ich dir den Clip Notfallsituation Nummer drei, bewusstlos, keine Atmung, guck ihn dir gerne an. ! !